Sooo, Event starten. Mal gucken, was jetzt passiert. The Grand National. Lieferte den Wagen, natürlich. Abgeschlossen. Unter einer Minute dreißig. 3.000 Dollar. Was machen wir noch? Schön, wenn ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr ein Abo da lassen oder ein Like. Das hilft mir so wenig weiter. Jetzt gerne mit zu poppen. Sobald ich es nicht so hinfah, schon sprich ist, denk ich. Du darfst jetzt kennen. Oh, Alter, der schiebt da ganz schön. Hui. Grand National. Ja, Moin. Und das Auto ist einfach. Du hast jetzt das Geld abgezogen. Oder? Wie ist es denn, wenn du jetzt einen Unfall baust? Oh, da ist noch ein. Ne, ich hab noch Zeit. Wie schiebt du das? Ah, das ist ja richtig okay, das Ding. Frage, wie kommt denn das Auto? Ne. Du musst es bloß abliefern. Hätte er geschafft. Ich würde es gerne noch mal versuchen. Die Mühle 30 ist schon da. 60. Wahrscheinlich, wenn ich den Unfall hier gebaut hätte. Jo, was für eine Kurve. Ja, wir bauen halt einfach noch einen Unfall, weil es so geil war. Ich hätte es locker geschafft. Na, Moin. Ich muss wenigstens noch mal wiederholen. Das ist ja auch wenigstens sehr schön. Aber gut, abgeliefert. Und neu versuchen. Ach, pro Tag kannst du es wiederholen? Okay. Wie gesagt, meine Bräume nehmen wir uns jetzt kurz und reißen uns jetzt zusammen. Also Minute 30 ist auf jeden Fall machbar. Was wird leider geschafft, oder was? Ja. Ja, mit dem Unfall. Cool. Ich habe einfach drei Unfalle gegönnt in dem kurzen Stück. Ja, da liegt zwischendurch immer richtig geil auf der Straße. Aber wenn er immer rutscht, dann rutscht er richtig. Ja, bei richtigen Spitzenkurven schreiß da auch rein. Aber trotzdem geil. Da war es gut verletzt. Ja. 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 auf die Cops zu und dann vorbei. Da steht bloß Beobachten. Wo sind wir denn? Meine Wilde hat schon. Also die waren auf jeden Fall weg, die Fußgänger, das war schon. Also nach der Mission ist der Grand National verfügbar zum Kauf. Wisst ihr, was der kostet? Sech, siebtschtausend. Dreihunderttausend. Dreihundert. Jo. So, dann rufen wir es, was wir jetzt haben können. Geld 12-4, cool. Neustart zurück ist jetzt. Samstag ist die Qualifikation. 22.000 Euro Stoffgeld, der ja. Ich finde das Motto eigentlich doch ganz geil. So. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wenn ja. Wie gesagt, können wir so ein Abo und so weiter unterstützen. Bis dahin. Okay. Wir.